Ich habe noch diesen Elfmeterpunkt mitgenommen. Der Sasa hat vorbei geschossen, aber er hat sich dann reinknickt. Super, wie wenn man aufgeschickt wäre. Dortmund auch schön. Moukoko hat auch gute Arbeit geleistet. Noch mal zweite Liga wäre aber eklig. Ich glaube, dann noch mal direkt hochzukommen ist auch nicht so einfach. Und die erste Liga, da gehört der VfB hin, da gehört die Stadt hin. Das muss so sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.